Ich arbeite hier in einer internationalen Sprachschule seit einem Jahr. Wir sprechen mit den Schülern auf Deutsch. Wir spielen mit den Schülern auch auf Deutsch. Die Schüler können auf Deutsch gut sprechen, gut schreiben, gut hören und gut lesen. Das ist die Hauptsache für uns. Das ist die Hauptsache für uns.